Alice Weidel ist jetzt förmlich ausgerastet auf einer Pressekonferenz, als sie die Frage eines Reporters bekommen hat bezüglich der Mitarbeiter von AfD-Abgeordneten im Bundestag. Und sie hat dort den Spieß jetzt ein bisschen umgedreht. Es gibt nämlich aktuell auch das Verfahren am Oberlandgericht von Münster, wo die AfD ja vorgegangen ist gegen die Einstufung der Verfassungsschutzbehörde. Und Alice Weidel bringt jetzt hier, ich würde sagen, ziemlich gut auf den Punkt, was der ganze politische Hintergrund des Ganzen ist. Ich sehe nämlich ebenfalls es so, dass dieser Verfassungsschutz als Behörde sehr stark politisch abhängig ist. Und zwar vom Innenministerium, welches von der SPD geführt wird. Und somit der Verfassungsschutz aktuell immer mehr und mehr politisiert wird, um die Opposition zu bekämpfen. Hören wir mal ganz kurz rein, was hier Alice Weidel sagt, denn es ist äußerst spannend. Noch einmal, wird der Bürger unbequem, dann bezeichnen wir ihn als rechtsextrem. Das ist hier so eine langweilige alte Leier, das beeindruckt auch niemanden mehr. Wissen Sie, ich glaube etwas ganz anderes. Das Ganze wurde natürlich heute mit der Gerichtsverhandlung in Münster gleich platziert, am selben Tag. Das Ganze ist eine Medienkampagne, übrigens Steuergeld finanziert. Sie sind ja alle hier GEZ-abhängig. Und dann machen Sie natürlich nur eins. Sie reden nach dem Ton der Regierung. Regierungskritisches Verlautbarung vermisst man bei Ihnen seit Jahren. Sie haben die Corona-Maßnahmenkritik, die ganz klar verfassungsfeindlich war, nie mit irgendeinem einzigen Wort kritisiert. Ausgangssperre nicht, die verfassungswidrig waren. Dann so eine Nancy Faeser mit ihrer Vergangenheit auch nie thematisiert. Ich frage mich, wieso jemand überhaupt ein Innenministerium führen kann. Hier müssen wir kurz stoppen, weil was meint sie eigentlich mit Nancy Faeser und ihrer Vergangenheit? Es gibt ja schon länger den Vorwurf, dass Nancy Faeser auf dem linken Auge blind sei. Das bedeutet, dass sie einfach gegenüber allen linksextremistischen Strömungen in Deutschland viel zu wenig unternommen wird. Gerade aus der Seite des Innenministeriums. Und sogar im Gegenteil, es gibt hier auch einen Artikel beispielsweise, nicht bei den Öffentlich-Rechtlichen, sondern in der FAZ, der sich hier mit eben Nancy Faeser beschäftigt. Und dass diese sogar in der Vergangenheit ja Aufsätze geschrieben hat für Vereine oder Gruppierungen, die eben der kommunistischen Partei in Deutschland nahestehen. Die sogar ebenfalls selbst vom Verfassungsschutz überwacht wird. Das muss man sich mal vorstellen. Also die Verfassungsschutzbehörde, die dem Innenministerium, also Frau Faeser untersteht, beobachtet sozusagen eine Gruppierung, für die wiederum Nancy Faeser Gastbeiträge und Aufsätze schreibt, die übrigens den revolutionären Bruch mit dem kapitalistischen Macht- und Eigentumsverhältnissen anstrebt. Und gleichzeitig sehen wir ja auch, was in Deutschland gerade passiert. Ich meine, der Anschlag auf Tesla beispielsweise, der war ja schon letzte Woche irgendwann. Heute Morgen, habe ich gesehen, konnte jetzt erst die Stromzufuhr wieder angestellt werden. Und das ging ja auch von einer linksextremistischen, ich glaube, Vulkangruppe oder so aus. Und all diese ganzen Bestrebungen, die wurden einfach in der Vergangenheit viel zu sehr verharmlost. Man hat sich immer nur auf rechtsextremistische Gruppen und so konzentriert, was durchaus wichtig ist natürlich. Aber viel zu selten und viel zu wenig eben auf die linksextremistischen Gruppierungen. Und deswegen ist das auch berechtigt, darauf hinzuweisen und ebenfalls beispielsweise berechtigt, dann mal die Frage zu stellen, wie kann es denn eigentlich sein, dass im Bundestag Abgeordnete der Linkspartei sogar ehemalige RAF-Terroristen für sich arbeiten lassen. Und das wird dann beispielsweise wieder abgewiegelt, so mit dem Spruch, ja, naja, die machen ja nur technisch die Webseite und so weiter. Aber sobald bei der AfD-Oppositionspartei quasi mal aus der Burschenschaft irgendjemand arbeitet, der irgendwann mal vor 20 Jahren auf irgendeiner Party irgendwie einen falschen Gruß gemacht hat oder irgendwas anderes sich zu Schulden kommen lassen hat, dann ist man wieder sofort dabei, ja. Also versteht mich nicht falsch. Durchaus muss man auch dort wichtig schauen, ja, welche Leute arbeiten dort und ist es erlaubt und handeln diese illegal oder nicht, das ist völlig klar. Aber man muss auch mal langsam sehen, wir haben Wahljahr und diese Politisierung des Verfassungsschutzes ist ein richtig großes Problem in so einem Wahljahr. Insbesondere, wenn es dann eben auch um die V-Leute geht, ja. Aber hören wir mal weiter, weil es geht noch weiter. Und Sie hinterfragen nicht einmal die mangelnde Neutralität einer angeblichen neutralen Behörde wie dem Verfassungsschutz, ein Inlandsgeheimdienst, der aufgefahren wird, um eine Partei wie die AfD vom Parteienwettbewerb auszuschließen und zu diskreditieren. Die Gleichheit im Parteienwettbewerb ist aber in unserer Verfassung festgeschrieben. Das heißt, durch diese ganzen Handlungen, die Sie mitorchestrieren, Sie machen sich da auch im Übrigen mitverantwortlich, aber Ihre Interessenkonkurrenz ist natürlich auch so gegeben, weil Sie von diesen Leuten bezahlt werden mit unseren Steuergeldern, mit unserem sauer verdienten Geld. Ich meine, das muss man ganz klar gesagt haben. Aber jetzt müssen wir auch wieder kurz sagen, was meint Alice Walde damit? Nun, die AfD ist ja eine der einzigen Parteien, die eben sich für eine Reform, also massive Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks einsetzt. Das wiederum bedeutet natürlich, können wir ja alle von der Hand ablesen, weniger Geld, also nicht dieser gigantische Milliardenapparat der Öffentlich-Rechtlichen, die mit Zwangsgebühren eben eingezogen werden. Das muss man ja immer mal sagen, ja, also gerade auch, wenn es dann um Geschäftsmodelle und Kritik geht, die ja häufig dann von Reportagen der Öffentlich-Rechtlichen gemacht werden, zum Beispiel über unseriöse YouTuber oder neulich bei Hoss und Hopf und so beispielsweise, da muss man immer mal erstmal sagen, hey Leute, ihr müsst eure Dienstleistung unter Zwang anbieten. Was wollt ihr jetzt überhaupt moralisch urteilen darüber, was irgendwelche anderen Leute, die völlig freiwillig ihre Dienste anbieten, wo man nicht zahlen muss und so. Aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Und sie sagt jetzt völlig klar, es gibt hier einen massiven Interessenkonflikt, weil natürlich die Leute, die bei den öffentlich-rechtlichen Medien arbeiten, logischerweise dann auch vielleicht Angst haben um ihren Job und deswegen es schon von Natur aus völlig menschlich ist, dass diese natürlich ganz gezielt, die Partei versuchen, eher in ein schlechtes Licht zu rücken, wozu es übrigens auch Studien gibt, die das belegen, dokumentieren, beispielsweise wie oft wird welcher Politiker von welcher Partei in eine Talkshow und so weiter eingeladen und so finden die Parteien in Berichterstattung eher in einem negativen oder in einem positiven Kontext statt beispielsweise, ja. Oder dann sieht man ja auch noch, dass teilweise die Ministerpräsidenten selber noch in den Rundfunkräten sitzen so und dann wiederum sagt man aber, nein, wir sind ja kein Staatsfunk und so. Also es ist schon wirklich langsam echt ein bisschen ein Karneval, der hier gerade abläuft, wenn ihr mich fragt. Teilweise auch gar nichts gelernt, nicht gearbeitet, dann bleibt nachher auch dann netto vom Brutto nichts übrig. Was hier mit den Arbeitnehmern und mit den Steuerzahlern gemacht wird, die werden hier geschröpft, damit sie den ganzen Tag diese Grütze schreiben können, um es mal ganz, ganz klar zu sagen. Oh, heiß kalt. Ja, so geht es auch in der ganzen Pressekonferenz weiter. Und was mich aber so am meisten nervt, ist immer, dass es eigentlich gerade um ein ganz wichtiges Thema ging, nämlich um die Energiepolitik und um die horrenden Energiekosten in Deutschland und zum Beispiel diese Taurus-Thematik und dort eben auch Alice Weidel und Kino Chrupalla die Position der AfD zu diesen Themen vorgetragen hat. Und es ist ja auch wichtig, dass jetzt zum Beispiel bei einer Partei, die irgendwie bei 20 Prozent in den Umfragen steht, also wo jeder Fünfte in Deutschland sagt, die würde ich wählen, dass man dann auch deren Positionen erfahren kann in der Presse, vor allem wenn man dafür zahlen muss bei den Öffentlich-Rechtlichen und dass man dann auch von genau diesen Medien eine Einordnung der Position der Partei zu diesen wichtigen Themen hat. Aber stattdessen wird immer wieder abgelenkt und es geht dann immer wieder nur über dieses eine einzige Thema bei der ARD. Oh, es sind ja alle so böse Rechtsextremen. Und diese Bezeichnung wird dann von der Verfassungsschutzbehörde erhoben, die einfach, und das muss man völlig unabhängig, selbst wenn du ein komplett apolitischer Mensch bist in Deutschland, es dir einleuchten muss, dass wenn eine Behörde einem Innenministerium untersteht, wenn der Verfassungsschutzchef selbst ein CDU-Parteibuch hat und die Innenministerin eine SPD-Politikerin ist, die auch in puncto Neutralitätspflicht schon des Öfteren einfach sehr unangenehm aufgefallen ist. Beispielsweise gab es ja auch mit Alice Weidel das Treffen mit Theo Müller beispielsweise, also dem Gründer und CEO des Milliardenkonzerns von Müllermilch und so weiter, wo noch andere Konzerne dazugehen. Und schon hat Nancy Faeser ja bei Twitter gesagt, jetzt müssen sich alle Unternehmen irgendwie von der AfD und so distanzieren, was ja auch schon wieder ein meiner Meinung nach Verstoß ihrer Neutralitätspflicht war und so. Und von daher muss ich an dieser Stelle tatsächlich Alice Weidel mal wieder deutlich zustimmen.